Ah, schön, dass du auch wieder mal reinschaust. Und zwar jetzt geht es um Fill-Ins, um Mini-Fill-Ins. Jetzt gehen wir einfach noch ein Sechzehntel weiter. Das ist dann das Sechzehntel, Sechzehntel im Takt. Ihr merkt, Notenlernen, Notenwertelernen ist sehr hilfreich, um sich zu verständigen, um was es geht. Also ich spiele jetzt das Sechzehntel, Sechzehntel als Fill-In und schon ist es ein Mini-Fill-In. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Untertitelung. BR 2018